Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, in dem ich einige Fragen beantworte, diese mir in Bezug auf ein von mir erstelltes Video über den Ausfall des Antipartikelfilters hinterlassen haben. Ich werde den Link dort belassen. Mal sehen, wie deaktiviert man das Fahrzeug. Den Turbo, wenn es einen Partikelfilterausfall gibt. Mal sehen, was die IQ der Computer des Fahrzeugs tut, ist, den Strom an diesen Teil zu senden, den ich ich habe dort in meiner Hand. Dies ist das Turbo-Elektroventil oder Schole-Neut. Es sendet keinen Strom mehr, dann erreicht das Vakuum den Turboaktuator nicht und der Turbo funktioniert nicht. Dies ist bei Turbos mit pneumatischen Aktuatoren. Der Fall hat ein elektronisches Stellglied. Nun, es unterbricht den Strom, der das elektronische Stellglied und den Turbo erreicht. Es funktioniert nicht. Wie gesagt, es unterbricht den Strom. So einfach ist das. Beantwortung einer weiteren Frage, die Sie mir hinterlassen haben, was ist der Sensor, der feststellt, dass der Partikelfilter verstopft ist? Mal sehen, jetzt. Zeige ich Ihnen, es ist dieses Teil, das ist der Differenzdrucksensor. Dieses Teil ist dasjenige, das misst. Die Druckwerte der Gase, am Einlass des Partikelfilters und auch am Auslass, dann ist dieses Stück dasjenige, das diese Werte an das Steuergerät weitergibt und das Steuergerät weiß auf diese Weise, ob der Partikelfilter ist verstopft. Manchmal kommt es vor, dass dieses Stück falsche Werte anzeigt, weil es beschädigt ist und das Steuergerät interpretiert, dass der Partikelfilter verstopft ist und man bekommt einen Fehler. In der Verkleidung und das Fahrzeug ist begrenzt. Ich sagte schon, dass manchmal es ist nicht so, dass der Partikelfilter verstopft ist, aber es ist dieser Teil, der versagt. Okay, gut, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, dann vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.